So, wir kommen schnell zum Urknall oder Gottesschöpfung. Man weiß es nicht so genau, in Hellen-Hahn-Schellenberg in Rheinland-Pfalz, da brennt ein Glaubensstreit wegen eines geplanten Schilderweges über die Evolution? Ja, eine kleine, feine Idee geht für das Dorfleben gewaltig nach hinten los. Unser Reporter Johann Subkleff im Westerwald. Ein asphaltierter Feldweg im 1100-Seelen-Westerwald-Örtchen Hellen-Hahn-Schellenberg. Hier sollten 20 Tafeln am Wegesrand die Entstehung des Universums über den Aufstieg der Menschheit bis zur Neuzeit als sogenannten Evolutionsweg bebildern. Doch daraus wurde nichts. Von Gott oder vom Affen? Das ist hier in Hellen-Hahn-Schellenberg die große Frage. Hier sollte eigentlich ein Weg zur Evolution entstehen, doch weil er hier nicht drin auftauchte, scheiterte der Bürgerentscheid. Und wir fragen uns, wie hintlerwäldlerisch ist dieser Ort? 339 Dörfler stimmten schließlich gegen den Weg, nur 250 dafür. Das brachte den katholisch geprägten Bewohnern im Westerwald die hässliche Schlagzeile des zurückgebliebenen Hinterwäldler-Dorfes ein. Die Stimmung ist gereizt. Insofern, dass ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass es doch noch so viele Leute gibt, die so unaufgeklärt sind. Ich fand es so traurig, das alles so in den Dreck irgendwie zu ziehen und ins Lächerliche. Ich finde es schon als hinterweltlich, ja, kann man so sagen. Überrascht hat mich hier gar nichts. Ich habe das befürchtet. Ich weiß, wie, ich nenne es jetzt mal die Senioren-Netzwerke in diesem Dorf arbeiten. Fakt ist, das Dorf ist seit dem Bürgerentscheid gegen den Evolutionsweg tief gespalten. Grund genug für uns nochmal genauer nachzufragen. Evolution oder doch lieber Schöpfungsgeschichte? Nach der wurde der Mensch nämlich vor ca. 6000 Jahren direkt von Gott geschaffen. Ich vertraue der Schöpfungstheorie. Sie vertrauen der Schöpfungstheorie? Ja. Okay, also haben Sie auch gegen den Weg gestimmt? Oder haben Sie nicht, wollen Sie das lieber nicht sagen? Ich habe gegen den Weg gestimmt. Evolution. Evolution, okay. Ich habe dagegen gestimmt, sehe aber in der Evolution das, was ich in meinem Kopf verarbeiten kann, dass das eher stimmt. Als dass wir von Adams Rippe gemacht worden sind. Zahlen, Daten, Fakten sprechen für die Evolution. Okay, wollen Sie das einmal kurz halten? Ja, genau. Und jeder sollte das glauben, was er glauben möchte und glauben kann. Und es geht auf jeden Fall beides. Und sie hat sich das alles ausgedacht. Bürgermeisterin Birgit Schmidt wollte dem Ort eigentlich etwas Gutes tun. Die 4.600 Euro Kosten für die Schilder hätte das prall gefüllte Gemeindesäckel jedenfalls locker getragen. Was bleibt, ist Erstaunen und Bitternis. Die Art und Weise, wie jetzt über Helen Hahn gesprochen wird, ist natürlich unschön. Aber andererseits, ich habe das nicht zu verantworten, die Gegenseite wollte das so. Und jetzt ist es so. Denn die Gegenseite hat vergessen, dass wir im Jahr 2020 leben. Und die wollten zurück ins Mittelalter. Und das kann eben eigentlich niemand verstehen. Birgit Schmidt sagt auch, viele bereuen mittlerweile ihre Ablehnung. Die Bürgermeisterin möchte jetzt, dass eine andere Westerwaldgemeinde den Evolutionsweg baut. Sponsoren stünden dafür schon in den Startlöchern. Also mein Fazit von einem Tag hier in dem Ort. Es gibt Leute, die nicht trauen, ihre Meinung zu sagen, weil sie Angst haben vor ihren Nachbarn. Wegen dem Evolutionsweg. Wegen ihm hier. Ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen. Wissenschaft kontra Glauben. Ein Dorf stellt sich selbst ins Abseits.